Wir sind auch nicht perfekt, aber dazu stehen wir. Viel Spaß beim Blick hinter unsere Kulissen. Wenn sie einen 2,0 TDI Charan oder Alhambra ... äh ... äh ... äh ... bam 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 ... Außerdem hat der ID ... 4 ... Alter, ich kann das nicht, warum mach ich so was? Ich kann das nicht. Ich mach was. Auch die neuen Tür ... Das ist André Morera und heute zeige ich euch, wie man beim ... ... vergessen ist. Ich wollte den anfangen. ... kaufen können nämlich unglaubliche, sensationelle, phänomenale ... ... 20.900 Euro. Ich weiß auch nicht. Drei ... Alter, warum sind hier überall Traktoren, Alter? Was ist das? Hierzu nimmt ihr einmal das Ladekabel und steckt es in die CCS-Ladedose ein. So wie hier. So wie hier. Hierzu nimmt ihr das Ladekabel und steckt es in die CCS-Ladedose ein. Zeig euch das mal. Und zwar einmal hier. Ich komm nicht rein, Alter. Ich komm nicht rein, Alter. Der ID 4 kann mit bis zu 125 kW ... geladen werden. An einer Schnelllade. Also ich hab wiederfleck noch. Hallo und herzlich willkommen. Juhu. 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 Was wollt ihr? Man kann den ID 4. Aaaaaah, mane. Was ist das? Die Steckdose. Hierzu steckt ihr da ganz ... Wenn Sie zuhause eine Starkstrom-Steckdose haben, können Sie diese ... Meine Ausbildung im K... Aber guck mal, was da vorne fährt. Wir haben einen 150 PS-Motor und den Ibiza in der FR-Ausstattung. Wenn auch du Teil unseres lustigen Teams werden möchtest, dann bewirb dich jetzt im Autohaus Burger.